Hallo, mein Name ist Manuel Blechschmidt, ich bin von Ehre.hels und in diesem Video möchte ich einen kurzen Benchmark zeigen, wie schnell wir E-Rezepte mit der Ehre.hels-Lösung erstellen können. Was ich dafür zuerst mache, ist, ich lade 30 Beispiele von der KBV. Die könnte man jetzt auch durchgehen und kann sich die angucken. Die sind bunt gemischt, also es ist zum Beispiel so, dass hier haben wir mal eine Rezeptur dabei, aber die meisten sind PZN-Verordnungen. Und was ich dann mache, ist, ich habe hier eine Stoppuhr und habe hier unten den Jetzt-Alle-Rezepte-im-Stapel-Signieren-Knopf. Und dieser Knopf sorgt sofort dafür, dass es komplett durchläuft. Also so ein E-Rezept wird typischerweise in drei Schritten erstellt. Es wird zuerst ein Create-Task auf dem Fachdienst gemacht, dann wird es signiert und dann wird der Create-Task mit dem signierten Rezept aktiviert. Und das passiert alles, wenn ich hier unten drauf drücke. Und ich habe hier auch unsere Konsole offen, dann kann ich noch ein bisschen kommentieren, was technisch im Hintergrund passiert. Und jetzt starten wir das einfach mal. Und ich gebe mir Mühe, das sehr schnell zu machen. Es ist nicht 100% exakt mit der Stoppuhr. Aber für unseren Anwendungsfall sollte es reichen. So, und jetzt geht es los. Hier sieht man jetzt, was passiert. Also als erstes validieren wir alle Modelle. Die haben jetzt alle funktioniert. Und jetzt fangen wir an, die Task auf dem RU-Fachdienst zu erzeugen. Ich benutze hier eine 10 Megabit LTE-Leitung. Und man sieht, dass wir so ungefähr drei E-Rezepte pro Sekunde aktivieren können. Jetzt ist es schon durch. Jetzt geht es mit dem Signieren los. Jetzt müsste gleich mein Terminal nicht mich nach der PIN fragen. Die gebe ich jetzt schnell ein. PIN eingeben, das kann ich mittlerweile. Das geht recht fix. Und jetzt wird im Badge werden diese 30 E-Rezepte signiert. Also man sieht jetzt schon, dass wir so ungefähr nach 36 Sekunden haben wir die Task erstellt. Aktuell werden die signiert. Das braucht auch ungefähr so insgesamt pro Rezept ungefähr eine Sekunde. Ich sage dann auch nochmal Bescheid, wenn es dann losgeht. Und was dann passiert ist, dann laden wir die alle zum Fachdienst hoch und aktivieren die alle. Also man sieht jetzt, es ist jetzt nicht unbedingt das absolute Rennpferd, aber jetzt geht es schon los. Also jetzt sind wir gerade dabei, die ganzen Tasks zu aktivieren. Und jetzt sieht man hier auch wieder an den Zeiten, wir schaffen so ungefähr drei pro Sekunde. Da ist Verschlüsselung mit dabei, da sind Sicherheitsmechanismen mit dabei, einen Haufen schöner Sicherheitsimplementierungen. Das geht auf jeden Fall alles durch. Und jetzt sind wir schon fertig und jetzt fangen wir an, die PDFs zu generieren. Und man sieht, dass unsere Lösung ist relativ fix beim PDF-Generieren. Wir benutzen Apache FOP, ist alles schön gemenscht, geht alles richtig schön durch. Und man sieht, dass die hier alle schön durchflutschen, die Rezepte. Und hier sind sie alle. Und wir sind jetzt ungefähr nach einer Minute und 28 Sekunden sind wir mit unseren 30 E-Rezepten durch. Also im Schnitt drei E-Rezepte pro Sekunde. Pro E-Rezept drei Sekunden. Und das ist auf der RU. Wir glauben, dass man da jetzt nicht mehr so viel Speed rausholen kann. Aber wir denken auch, drei Sekunden, das ist vollkommen akzeptabel. Und was man da halt auch, man kann bestimmt nochmal ein bisschen was machen. Schnellere Computer, mehr Hardware und ähnliches. Aber ich denke, dass das beim Arbeitsablauf, wenn man da über drei Sekunden diskutieren muss, dann denke ich, wäre es vielleicht einfach eine gute Idee, da an anderen Stellen einfach mal zu gucken. Also sagen wir es so, wenn ich drei Sekunden weniger im Wartezimmer warten müsste oder auch länger warten müsste, hätte ich damit überhaupt kein Problem. Und meine Erfahrungen aus dem Wartezimmer, da sprechen wir normalerweise über andere Zeiten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.